Hi, hier ist der René. Ich bin jetzt kurz hinter Dandenberg in Splietau. Ich habe mir eine kleine Bushaltestelle gesucht, werde da irgendwie meine Luftmatrasse aufbauen und dann da heute mal eine Runde schlafen. Das war ein toller Tag, hat sehr viel Spaß gemacht. Immer wieder hat man ein paar Leute getroffen, mit denen man zusammengefahren ist, mit Gunnar zusammen über die Fähre. Und es war halt schön. Wetter war super, hat Spaß gemacht. Mal sehen, wie es morgen geht. Bis dann, schönen Gruß an alle. Ciao.